Vorurteile gegen Wessis, getestet an Herrn Yun, 4 von 9. Passt dieser Oberbürgermeister kulturell zu uns, erfüllt er das Charakterbild eines schlechten Wessis. Vorurteil der Westen schickte uns vor allem seine Idioten und Versager. Test an Herrn Yun, ja, ja, ja. Was soll man dazu anders äußern? Anhand der anderen Punkte ist Herr Yun ein Idiot. Und dieses Vorurteil trifft damit auf ihn zu. Vorurteil, Wessis könne nicht sparsam sein. Verprassen das Geld. Test an Herrn Yun, ja, streng genommen verprasste Herr Yun mit seinem Mandel an Leitungskompetenz gegenüber den Stadtbetrieben wohl etwa 2 Milliarden Euro pro Jahr zugunsten seiner akademischen Theoriegenossen. Dieser Punkt trifft zu.